dieser mercedes benz ml 350 steht hier zum verkauf der schwarzfarbene suv ist fünftürig bietet platz für fünf personen sowie viel stauraum fürs gepäck der kilometerstand des wagens liegt bei weniger als 73.000 kilometern die erstanmeldung war mitte 2012 der suv verfügt über zahlreiche ausstattungsdetails wie xenon scheinwerfer navigationssystem tagfahrlicht anhängerkupplung schiebedach und vieles mehr der allradiesel überträgt eine satte leistung von 258 ps auf ein automatikgetriebe kontaktieren sie uns wir beantworten gern ihre fragen